Hallo, heute wollen wir die Verheißung aus Matthäus 28, Vers 20 nehmen. Und da heißt es, und siehe, ich bin bei euch, alle Tage, bis an der Weltende. Wenn Jesus sowas zusagt, dann hält er das. Denn sein Wort kann nicht vergehen, sein Wort bleibt ewig. Und wenn du ein Kind Gottes bist, dann kannst du das nehmen. Auch wenn du es nicht fühlst, auch wenn du manchmal das Gefühl hast, er ist nicht da. Vielleicht trägt er dich gerade da. Und ich sage dir, nicht vielleicht, er tut es. Traue auf ihn. Und wenn du das begreifst, er will dich immer tragen, bei dir sein und dich nicht verlassen. Bis an das Ende der Welt. Ich hoffe, dass du das heute mitnimmst und dass es dir zum Segen wird. Mach's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Musik Untertitelung des ZDF, 2020